Servus Leute, Willkommen zurück zu Danganronpa, Trigger Happy Havoc, Trigger Happy Havoc, so, warum hat Yasuhiro das gemacht, also ich sterbe nachher geschrieben, weil, dass er es einfach so zukippt, du, hast du wirklich umgebracht? Tut mir leid, aber könntest du noch ein bisschen warten, ich habe ein paar andere Leute außer dir auch gefragt, mich zu treffen, okay, Möchtest du ein Stück von Süßes, es wird dir bestimmt ein bisschen Energie geben, okay, danke, das ist es, ich werde es heute beenden, ich werde heute alles beenden, als ich das gehört habe, ich wusste, ich wusste, ich wusste, dass sie mich versuchen zu töten zu töten, sie werde mich töten zu töten, und es wird sie weggegeben, also ich bin nervös, und dann... Ich habe meine einzige Chance gesehen, ich habe die Monokuma-Bottel von der Bühne, und habe sie in der Kopf gesammelt, ich... ich habe sie von hinterher, bevor sie eine Idee hatte, was passiert ist. Dann hat sie einfach... dann hat sie einfach... ging limp. Ich habe sie wieder gesehen, nachdem ich sie zurückgezogen habe, als es vorbei war, habe ich mich zusammengezogen. Ich wusste, dass ich, wenn ich etwas nicht getan habe, ich werde mich verletzt und verletzt. Also habe ich geschrieben, Toko's Name in Blut, in einem Magazin auf der Bühne, und... ich bin weg. Ich kann dich nicht glauben! Du bist das Schlimmste! Ich hoffe, dass du... sterben! Also, das ist das, was passiert. Gehen Sie bitte. Möge mich. Möge mich. Möge mich. Möge was du willst. Du bist nicht so einfach. Es ist die Todes. Die Todes für denjenigen, die zerstört hat Sakura. Wir sind bereit, zu wählen, nicht wahr? Wir wissen, wer es getan hat. Nein. Ich denke, es gibt mehr zur Geschichte der Hero. Was bist du? Was gibt es noch? Was gibt es noch? Was ist das? Was ist das, was an Heroes Geschichte keinen Sinn mehr gibt? Was? Achso, die Zeit durchschauen. What? Was? So, nachdem er den... Warum er Togo genommen hat? Warum er das Magazin... ...gesteckt hat? Warum er nicht Sakuras Finger benutzt hat? Warum er nicht Sakuras Finger benutzt hat? Alles. Kein Sinn. Ja, es wäre nicht so... ...seltsam, wenn Togo irgendjemandem umbringen würde. Richtig. Ja, sie war das perfekte Mädel zum Ausweg. Denk nicht, dass du leidest. Achso. Denk nicht, dass dein Leiden vorbei ist, wenn du mal tot bist. Ja, du wirst den Schmerz uns weit auskosten. Ja, das ist aber... Dieser Punkt ergibt aber keinen Sinn. Ja, das ist verreckig. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Das Bärchen spricht, aber es ist mir scheißegal. Bla, bla, bla. Weil ich natürlich doof und das Falsche genommen habe. Weil ich mich von der Zeit abstressen lasse, weil ich es nicht mal richtig übersetzt habe. Ich bin völlig nicht überzeugt, dass das Falsche ist. Weil wenn du es schaust... ...die Message war fast sicherlich geschrieben, mit einem Finger. Aber... ...eine Hände waren... Achso, jetzt starten wir wieder hier. Der Hero könnte sehr gut es selbst geschrieben haben. Oh, verdammt. Habe ich mir irgendeinen Text jetzt geskippt? Äh. Achso, okay. Ich habe so viel gedacht. Ja, ja, ja. Jetzt gibt es alles zu. Da ist sie gekillt. Bla, bla, bla. Den Text kennen wir ja doch schon. Und Bums. Aber wie Yasuhiro hier guckt. Äh. Okay, das Trauerige ist, Yasuhiro will sich tatsächlich dem Mord jetzt zutrauen. Aber wenn das jetzt nicht war... Das heißt, der könnte nächstes Mal der Mörder sein. Oh, jetzt, genau. Nein. Ich denke... Was hast du zu sprechen? Es ist eine Sache. Und bis wir diesen Teil herausfinden... So, was ist das jetzt? Ja. Was hat das damit zu tun, nachdem er... Ja. Irgendwie kann ich den Satz nicht übersetzen, weil ich zu doof grad bin. After writing the message. Also, nachdem er die... Nachricht geschrieben hat. Nachricht geschrieben hat. Weitermagazin... Weitermagazin was hidden. Warum es versteckt war. Ne, das ergibt kein... Also, warum hat er Sakura's Finger nicht benutzt? Ich glaube, er hat Sakura's Finger zu nehmen. Ah, da ist Panik geschoben. Ich sehe schon, ist das Falsche. Ja. Ja, ja. Ja. Also, warum er das Magazin mehr versteckt hat. Hä? Das ist wahr. Alles, was du gerade sagst. Es erklärt nicht, warum das Magazin hidden war. Hat es? Hä? Das Magazin war genau da, wo alle anderen waren. Und ja, das ist für mich nicht versteckt, aber... Wäre das Magazin frei irgendwo rumliegend. Wäre es auch nicht so seltsam. Ich glaube, ich bin gerade zu doof. Nachdem das Körper herausgefunden wurde, hat das Magazin gepackt und auf der Schraube gesetzt. Warum würdest du die Zeit, diese Message zu schreiben? Dann schick es irgendwo, wo wir es nicht finden können. Oh. Well... Ach... Ach so, das meint Makoto damit. Naja. Okay, das ergibt schon irgendwie Sinn, aber in meinen Augen ergibt es irgendwie keinen Sinn. Hm-hm. Ich habe es nicht geholfen. Ich bin sicher, dass ich es einfach auf dem Tisch gesetzt habe. Wirklich? Er schiebt. Er wird schiebt. Er wird schiebt. Ich sehe keinen Grund, warum er jetzt jetzt schiebt, nachdem er bereits über den Krieg verliebt hat. Oh. Er ist nicht schiebt? Wahrscheinlich, dass er die Wahrheit sagt, jemand anderes hätte das Magazin auf der Schraube gesetzt haben. In anderen Worten, zumindest eine andere Person war in der Schraube, sowohl bevor und auch nach dem Inzidenz. Und ich glaube, es war Toko. Es würde Sinn ergeben, denn wenn sie die Nachricht findet, hätte sie es versteckt. Aber andererseits... Wobei... Ich wollte eigentlich sagen, dann hätte sie es mitgenommen, aber das würde noch weniger Sinn ergeben, weil dann wäre das Magazin ja weg. Und dann wäre es erst recht verdächtig. Ja, irgendjemand, der jetzt nicht mag, was da drin steht. Das kann nur Toko sein. Warum würde ich... Warte... Aber mehr wichtig... Das... überhaupt nicht mehr. Wir wissen bereits, wer hat es gemacht, richtig? Hierro hat es gerade vermittelt. Das ist richtig. Ich habe ihn verletzt. Nein, wir haben ihn nicht. Wer hat es gefragt? Ich glaube, dass hierro attackiert Sakura mit dem Boden. Aber das ist nicht wo dieser Fall endet. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass hierro nicht der Schraube ist. Du kannst dich ernst nehmen. Das ist einfach... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hierro, erzähl uns, was noch einmal passiert ist. Wenn wir es noch einmal durchführen, sollte es klar werden, dass er nicht Sakura-Killern ist. Ähm... Also... Was willst du mir machen? Just erzähl uns, was noch einmal passiert ist, als du Sakura-Killern attackst. Ich sehe nicht wirklich, warum, aber... Okay. Wir haben das Ende dieses Verbrechens noch nicht erreicht. Hierro ist nicht der richtige Killer. Und das muss ich beweisen. Oh Gott. Okay, erstmal ein Durchgang. Ich habe das gemacht. Ich habe eine Monokuma-Bottel von der Kugel nebenher. Und ich habe sie von drüben, bevor sie nichts tun konnte. Ich habe sie von drüben. Und du hast sie nur einmal. Ist das richtig? Ja, nur einmal. Mhm. Verdammt. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Die Musik ist richtig gut. Ja, das stimmt. Ja, aber der Staat ist der Leiche. Was für ein Ding? Was hat Kyoko da nochmal? Moment. Nein, nein. Falsche Taste. Ich habe es ver... Hallo! Hau ab! Wo ist denn, Kyoko? Wo ist denn, Kyoko? Ja, zwei Schläge, nicht einen. Aber jetzt habe ich das Ding schon verschossen. Oh, ich sehe gerade, mein Speicher geht zu nahe. Höch! Höch! Hoffentlich geht sich das... das noch aus. Was? Ja. Ja. Ich habe zwei Wunden. Ja, zwei Wunden. Ja, zwei Wunden. Das bedeutet, dass sie zweit wurde. Wie viel mehr, die beiden Attacken mussten von einer Monokuma-Bottel. Halt auf! Wie kannst du das wissen, das ist nur von einigen Kuss auf der Kopf? Sie wurde zweitens attackiert, mit zwei Monokuma-Botteln? Es ist nicht nur wegen ihrer Kopfhörer. Es ist auch wegen der Monokuma-Bottel selbst. Es ist etwas, die sehr schrecklich sind, über diese Botteln. Ach so, das hat sie gemeint. Ich bin doch so doof. Stimmt, da ist ja Platz für zwei Flaschen, nicht für eine. Oh, dass sie jetzt erst darauf kommt. Hm, das ist peinlich. Das war die Bottel, die Hiro mit Sakur hat. Right? Für jetzt, nur noch mal, dass es vier Botteln entdeckten und eine Bottel broken. Aber in der Grunde, es waren sechs Botteln in total. Das bedeutet, dass eine hat verloren. Aber wie kannst du sicher wissen, dass es sechs Botteln waren? Das ist einfach. Ja, der Abstand zwischen den Monokuma-Flaschen. ... ... ... ... ... ... ... S, I, C Äh, ok Äh, nein, kein Doch, ein C jetzt Ähm, Case Ok, ich bräuchte ein A Ich bräuchte auch ein E Verdammt, da war ein E Doch, 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 nimm's Chess, ähm, hier Schach Äh, ich bräuchte ein S S, S, S Komm, ein S her Da Chess Aber was ist jetzt ein T Eventuell? Ne, das würde Brust bedeuten Chess Was brauche ich denn? E Chess Chess Piece Ah Ich wollte das E E, 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 E Ja, verdammt Äh, ich bin blind Ich bin echt blind Kann ich das hier auch verlangsamen? Ja Da S, E, 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 E Ritter? Das ist ein Pferd. Aber gut, im Englischsprachigen heißen die Figuren glaube ich anders. Vor allem diese Musik hier, ich hoffe, dass die in allen Danganronpan spielen, in diesen Class Trials mit dabei ist. Vorher ist das jetzt, die gibt es in den anderen Spielen, aber ich nehme es zumindest sehr stark an. Und leider glaube ich, dass falls Monokuma in allen noch vorkommt, dass diese beschissene Monokuma Musik auch dabei ist. In Chess, da sind sechs verschiedene Spiele, der King, der Queen, der Rook, der Knight, der Bishop und der Paun. Was was left intact in der Crime Scene waren der King, der Rook, der Bishop und der Paun. Just die vier. Und auf dem Boden war der Knight. Äh, die Königin fehlt, kann das sein? Oh man. Ja so hier ist so ein Trottel irgendwie. Also, sagen wir mal, eine Pferde von Dicke missing. Es gibt noch keine Wahrnehmung, dass es nichts zu tun hat, mit diesem Fall. Diese Pferde könnte aussehen, dass die Pferde aussehen können, bevor der Krieg. Nein. Es ist klar, dass die Pferde von Dicke ist in diesem Fall. Wie ist es klar? Denkst du, was die Pferde von Dicke ist in dem Fall. Vielleicht dann verstehst du. Ist denn die Pferde etwas missing? Sie ist zerbrochen, ist komplett intakt. Ja, wenn sie zerbrochen ist. Ja, dann ist sie ja nicht mehr da. Ach so, unter der Dings, unter dem Protein-Shake. Ah, ich verstehe. Was ist denn Scheiße der Singapur? Ja, mhm. Ist... Guck mal nicht. Ja, hier dieser... Wo ist der Shake? Nee, nee... Da! Äh, ja. Ach so! Die anderen Glassplitter. Ich bin doch so doof. Ich dachte, die Glassplitter unter dem Shake sind gemeint. Hm. Okay, dann sind es die anderen. Ich dachte, die da kommen nämlich von der kaputten Flasche. Äh, die ist von Yasuhiro. Ansonsten gibt es hier... Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Muss es eigentlich nicht das da sein. Auch nicht? Ja, das ist ja eine Flasche, die Yasuhiro kaputt gemacht hat. Das würde ja Sinn ergeben, aber warum... Wenn es die nicht ist. Und die nicht! Und die nicht! Und wenn die da sieht gleich aus. Die links oben. Oh je, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich nämlich keine Ahnung. Ähm... Ja, bleibt mir nur mehr das mit dem gelben Bruder. Ne, das war von... Wahrscheinlich von der Figur. Äh... Von dem Glas meine ich. Die Figur da rechts ist von dem Glas von Yasuhiro. Das hier wird auch keinen Sinn ergeben. Hä? Ich habe gerade keine Ahnung, was überhaupt damit gemeint ist. Neh mal das. Was? Ich lebe? Achso, wegen dem Gewicht meine ich. Ich habe das Gefühl, dass die Sammlung von Stückchen vieler war. Und die Grund für das ist... Weil es eine andere Flasche ist? Achso... Okay, das ergibt natürlich Sinn. Das heißt, er hat mehr Splitter aufgesammelt als Waren. Also, mehr Splitter als eine Flasche haben kann. So, von diesem... Wir können uns überlegen, dass zwei Vorträge in der Szene des Krieges gesammelt wurden. Aber jemand hat das Beste, um die Füße eines der Botteln zu verhindern, mit der Figur in der Mitte. Aber wenn sie das gemacht haben, müssen sie ein paar zu viele Füße verlassen haben. Das ist nur natürlich. Sie hatten sicherlich keinen Weg, den exakt richtigen Nr. der Füße zu entfernen. Hä? Warum müssen sie auch versuchen, dass sie davon ausgesammelt werden müssen? Weil das, was es über den Fall zeigen würde. Es gibt keinen Zweifel... Die zweite Monokuma-Figur vermisst wird, dass die was mit den Verbrechen zu tun hat. Die ist bei... Ein zweiter Angriff, oder? Ich habe ihn! Der Verbrechen der Verbrechen von der Szene wurde verwendet, die zweite Mal die Sakurow wurde verletzt. Die zweite Wurde auf der Kopf kam aus der zweiten Botteln. Given all die Begriffe, das ist die einzige mögliche Begriffe. Der Verbrechen wollte es sich vorstellen, dass es nur eine Begriffe gibt. Also, sie mussten aus der Begriffe. Von da, wir können es nicht die Begriffe, die Begriffe verletzt. Die Begriffe, die Begriffe, die Begriffe, die Begriffe, beobachten. Okay... Okay... Let's hear it! Das war genau nach Kongrerennungen. Ich war etwas nervös über da. Also, ich fuhr in den Reckroom. Jetzt weiß ich, um es zu entfernen. Ich warte da, und dort sah ich ihn, und es gab es dann, dass ich Tohko in die Reckrooming gesehen habe. Okay, hat sie gesehen, wie sie eingegangen ist? Achso, heißt das, der Suhira hat sich im Schrank versteckt? Oder hat sich Toko im Schrank versteckt? Ich glaube, dass Toko noch da drin war, also ich dachte, dass alles okay wäre. Darum bin ich in. Aber als ich in den, der Oger war alles alleine. Toko hat sich vergesst. Und du hast jetzt versucht, das mit uns zu tun? Nach dem Schocken zu denken, dass ich jemandem töten habe, habe ich alles vergessen. Wenn jemand die Schrauben auf seinen Kopf geschlossen hat, glaube ich, dass er es gut ist. So, Toko, wo du dich vergesst hast? Du wirst nicht wissen, was du bist. Nein, ich glaube, ich weiß sehr wohl, wo sie sich versteckt hat. Im Schrank. Sie hat ja die passende Figur dafür. Nice. Nice element. Nice element. Final strike. Ich muss noch ein bisschen extra attention für den Finish Blow. Ich habe jetzt die Hälfte des Spiels durch. Will der mir jetzt wirklich sagen? Ach du Scheiße. Aber es leben doch gar nicht mehr so viel. Wer soll denn da noch sterben? Okay, aber danke, dass ihr mir Spaß wünscht und so. Es ist immer gut. Achso, das. Was, hast du mich? Was, du hast mich mal wieder? Keine Lüge. Was tut ich denn da? Warum verliere ich? Wow. Ganz knapp. Schieß doch. Oh, ganz knapp. Wow, meine Energie war fast weg. Okay. Do you know someone left a handprint behind on the inside of the locker? Die muss have been hiding in there and put their hand on the wall without thinking. Diese Handprint sieht man familiar, Toko? Nein, es ist nicht. Ok, dann. Lass uns die Handprint einfach mit deiner Handprint, schaue wir? Das wird alles analysieren, ja? Stopp, verbrauchst mich meine Zeit. Nur erzähl uns die Wahrheit. Ok, das ist meine Handprint. Ja, bei ihm wird sie natürlich schnell weich. Dang, sie hat einfach aufgeregt das. Dann hast du Sakura getötet! Nein, ich schwöre, es gibt keinen Weg! Geh mit. Ich habe wahrscheinlich töten sie. Warte, was meinst du wahrscheinlich? Gib uns die Details, Toko. Was ist zwischen dir und Sakura? Jetzt. Jetzt. Nachdem ich die Noten von Sakura habe, habe ich entschieden, dass ich dort früh bin. Also bin ich in der Rek-Runde. Ich wusste nicht, was sie machen könnte, wenn ich nicht mehr gehen würde. Aber ich war zu Angst, dass sie sofort aufzunehmen. Also habe ich gedacht, dass ich nur in die ersten Mal rausgekommen würde. Und in der Rekker. Und dann? Sie sehen, was passiert? Sie sehen, dass ich sie verraten? Ja. Und ich habe dich geschrieben, mein Name zu schreiben. Ich habe dich verraten, sie sterben. Na gut. Das ist wunderschön. Also, nachdem er verlassen hat, habe ich aus der Rekker. Und ich habe die Maschine zurückgebracht. Aber wenn du das gemacht hast, hast du es zurückgebracht. Ich habe nicht gesagt, ich war in einer Rekkerung. Imbeciles, all of you. Verst du das alles. Warum hast du Sakara attackiert? Nachdem ich die Maschine zurückgebracht habe, habe ich gehört ein Geräusch hinter mir, wie ein Monster aufgerüstert. Und wenn ich um die Maschine zurückgebracht habe, war Sakura in der Rekkerung, und sie mich schreitig. Wenn ich das Rekker habe, habe ich verraten. Du meinst, ja, Genocide Check, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Das war Danganron, Paratrigger, Happy Hibok. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.